Hallihallo und herzlich Willkommen zu diesem kleinen Ankündigungsvideo. Ja, irgendwie hat es ja schon bei uns so ein bisschen Tradition, dass wir an Feiertagen eine kleine Ankündigung voranbringen. Ist zwar mehr Zufall, aber irgendwie ist es auch in diesem Fall wieder so. Und somit frohe Ostern! Ja, ich hoffe ihr habt schöne Ostertage, ein paar schöne freie Tage, auch wenn das Wetter irgendwie zumindest hier in München nicht ganz so toll ist. Aber das sollte, glaube ich, jetzt niemanden stören, wenn man frei hat. Naja, egal, darum geht es nicht. Es geht bei uns wieder darum, dass wir ein bisschen Änderungen im Programm haben in den nächsten zwei Wochen, was insbesondere unsere Multiplayer-Programme betrifft. Nämlich Mighty Pirates vs. Hosenkorps sowie Project RE-T. Die gehen nämlich beide bei uns in eine zweiwöchige Osterpause. Also es ist immer so, freie Tage, Ostern, Feiertage, Familienbesuche, da ist es immer ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden. Dementsprechend haben wir gerade ein sehr, sehr dickes Terminproblem. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, beide Serien in eine zweiwöchige Pause zu setzen. Bei Project RE-T habt ihr es beim letzten Montag ja schon mitbekommen. Es gab auch keinen Livestream. Dementsprechend fehlen uns auch gerade die Folgen dazu. Und wir haben uns eben dazu entschlossen, dass wir in zwei Wochen das Ganze dann weiter oder fortsetzen möchten. Auch mit einem neuen Livestream, den wir rechtzeitig auf YouTube und auf Twitter ankündigen. Und bei Mighty Pirates vs. Hosenkorps ist es so, dass wir Piraten jetzt schon in der Osterpause sind für zwei Wochen. Und danach geht es wieder ganz normal bei uns weiter. Bei den Hosenkorblern, also auf dem Kanal von Hose, von Wolle und von Honka, läuft jetzt noch die Serie. Die haben schon ein bisschen mehr Folgen im Voraus aufgenommen. Dementsprechend wollen die die natürlich auch noch herausbringen. Und danach beginnt bei denen auch eine zweiwöchige Pause. Also mit anderen Worten, beide Seiten, beide Fraktionen machen zwei Wochen Pause, aber um eine Woche versetzt. Ist ein bisschen kompliziert, aber am Ende werden wir wieder aufholen und alles ist gut und alles ist toll. Genau, was bedeutet das für unseren Kanal? Eigentlich nicht viel, außer dass diese Serien gerade nicht laufen. Dafür laufen andere Videos ein bisschen häufiger. Auf meiner Seite gibt es zum Beispiel Stardew Valley in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich täglich auch, dass man da ein bisschen vorankommt. Pixel Piracy wird es ab morgen wieder geben. Und auch Jojo wird einige der Multiplayer-Slots übernehmen und da einige Videos herausbringen. Also ihr seid weiterhin gut versorgt und bekommt wahrscheinlich täglich drei Videos. So ist zumindest der Plan. Vielleicht manchmal auch nur zwei. Mal gucken. Genau, das war es dann auch schon. Und dementsprechend sage ich nochmal frohe Ostern. Vielen Dank fürs Zuhören in diesem Fall. Und bis zum nächsten Mal. Servus.